Sonntag geht's gegen Freiburg, doch heute interessiert mich bloß. Thomas Reis, der kam, Ruben Schröder ging, auf Schalke ist wie immer viel los. Bei der Vorstellung des neuen Trainers wurde Peter Knebel emotional. Er sprach sehr oft von Ruben, sein Abgang war ihm nicht dicker. Ja, Reis hat jetzt das Sagen, er ist der neue Mann. Mein Verein, der wird jetzt Sieger, denn das ist es, was er kann. Dies ist jetzt die Zeitenwende, doch eins ist für mich klar. Trotz all dieser Niederlagen, dir gehört mein Herz ganz und gern. Schalke 04